Wie braucht man eigentlich die technischen Übungen auf über die Vor- oder Hinterhand? Wenn wir wollen, dass sich der Hund vor uns hinsetzt, geht die Hand leicht nach oben und leicht nach vorne. Super. Für einen Platz über die Hinterhand muss die Hand unter dem Brustkorb des Hundes. Damit er wieder gerade aufsitzt, muss die Hand leicht nach vorne und einen Bogen nach oben. Fürs Stehen bleibt die Hand vorne fest und wir helfen leicht am Bauch. Beim Platz über die Vorderhand geht die Hand leicht nach vorne und runter. Platz. Und beim Sitz, anders als bei der Hinterhand, geht die Hand leicht über den Kopf des Hundes. Super. Beim Stehen geht hier die Hand leicht nach vorne. Arbeitet euer Hund über die Vor- oder die Hinterhand? Schreibt es in die Kommentare. Pete. MDF 2019 because we are now Hmm Oh- 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 Oh. Schiffige Iber falls. Wasgré wahre anges площадlement realizar planes? Untertitelung des ZDF, 2020